Genau, dann machen wir weiter mit der Spoiler-freien Zone. Da haben wir diesmal genau eine Meldung für euch betreffend Film 24, der jetzt doch verschoben wurde auf unbestimmte Zeit. Der sollte ja eigentlich im April starten, ist aber nicht gestartet, sondern wurde verschoben. Wir hatten ja im letzten News-Podcast darüber spekuliert, dass er verschoben werden könnte und sind damals noch davon ausgegangen, dass er tatsächlich anlaufen wird. Das war nicht der Fall. Ja, und Lasse hat noch ein paar Details dazu, warum, wieso, weshalb die Verschiebung stattgefunden hat. Richtig, die Verschiebung findet statt wegen Covid-19. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, aber das ist so eine Lungenkrankheit, die geht gerade ein bisschen um. Spaß beiseite. Wir haben ja, wie gesagt, auch schon dazu spekuliert und es ist eben so gekommen, Direktiv Conan, Film 24 wurde jetzt verschoben. Wie ich persönlich sagen muss, Gott sei Dank endlich. Ich finde, sie haben viel zu lange damit gewartet und andere Filme wurden ja schon viel früher verschoben. Und Conan hat tatsächlich noch, also zwei Wochen vor Kinostart, noch nichts dazu irgendwie gesagt. Auf Twitter haben schon alle irgendwie geschrieben, hey, wird der Film verschoben? Was ist hier jetzt hier? Oder noch deutlicher, bitte verschiebt den Film. Ich habe Angst, ins Kino zu gehen. Und so ist es dann jetzt gekommen. Es gab auch eine kleine Zeichnung und Nachricht von Gosho Oyama, wo er eben sagt, ja, sorry, ihr müsst leider noch ein bisschen länger warten. Tut uns leid, aber hey, ich weiß, wir haben gerade schwere Zeiten, aber lasst uns unser Bestes geben. Nicht zu verzweifeln und nicht irgendwie, ja, quasi nicht die Hoffnung aufzugeben, dass es bald alles besser wird. Und der Trailer des Films wurde tatsächlich nochmal neu hochgeladen auf dem YouTube-Kanal von Toho, wo sie eben das Datum am Ende ersetzt haben durch ein Coming Soon, quasi auf Japanisch. Oder halt, was bedeutet, dass der Film in der Zukunft irgendwann kommt. Wann genau, wurde nicht gesagt. Es wurde kein neuer Termin angegeben. Sowas wie James Bond zum Beispiel wurde ja mit Datum verschoben, der neue James Bond. Aber Conan hat die Option gewählt, wie manch anderer Filme auch, dass man sich sagt, wir verschieben einfach um eine bestimmte Zeit und kündigen dann separat nochmal an, wann der Film denn nun erscheinen wird. Es ist natürlich schade, aber wie ich ja schon eingangs gesagt habe, ich finde, sie haben fast lange gewartet. Deswegen ist meine Meinung nach schon sehr positiv. Ich finde das gut, dass der verschoben wird. Und ja, es wäre ein finanzielles und moralisches Desaster gewesen, diesen Film am 17. April rauszubringen zu dem Zeitpunkt. Und ich glaube jetzt in den Tagen danach wurde ja auch der Lockdown verschärft in Japan, weil es kamen ja so ein paar Gerüchte auf, dass Japan gar nicht so viel testet, wie sie könnten. Und dass es vielleicht daran liegen könnte, dass die ABE-Regierung die Olympischen Spiele nicht gefährden wollte und man deswegen die Situation mit Covid-19 in Japan ein bisschen besser dargestellt hat, als sie vielleicht ist. Denn danach stiegen ja die Zahlen ein bisschen an und der Lockdown wurde eben verschärft in vielen Präfekturen. Ja, aber jetzt sind die Olympischen Spiele, auf die sich Conn bezieht, auch schon länger verschoben. Ja, es gab einfach keinen guten Grund, diesen Film am 17. April ins Kino zu bringen. Sagen wir es einfach mal ganz klar, so wie es ist. Und diese Verschiebung ist eine sehr positive Nachricht. Also, das klingt falsch, also es ist natürlich keine positive Nachricht, aber es ist der richtige Schritt. Ja, es war die einzig vernünftige Entscheidung, sag ich mal, also bei all dem, was gerade passiert und so. Deswegen, das hätte keiner verantworten können, dass das, äh, ja, durchgegangen wäre. Und ich denke mal, selbst die Japaner hätten dann gesagt, wenn es so gekommen wäre, hey, der Film kommt ins Kino, dass die gesagt hätten, äh, nee, ich gehe aktuell bei der Situation nicht ins Kino, da müsst ihr leider auf mich verzichten, also. Ja, und es ist ja auch sinnvoll, weil der Film eben auch auf die Olympischen Spiele anspielt, die ja dann, wie Lasse schon sagte, auch aufs nächste Jahr verschoben wurden. Und dann ist es ja auch ein bisschen deplatziert, wenn man dann den Film notgedrungen einfach dann jetzt doch im April zeigt und auf die Olympischen Spiele anspielt, die aber gar nicht stattfinden dieses Jahr, sondern erst im nächsten Jahr. Ja, von daher finde ich das auch in dem Sinne in Ordnung oder gut, ähm, mal abgesehen von allem anderen, was ihr schon richtig erwähnt hattet und wir haben ja im letzten Podcast auch schon ausgiebig darüber diskutiert, dass man die, äh, den Film auf jeden Fall verschieben sollte und auch gut, dass es jetzt passiert ist. Wann er denn stattdessen gezeigt wird, ist natürlich noch ein bisschen in der Waage. Vielleicht wissen wir das schon während, äh, dieser Podcast hier im Schnitt ist. Das lest ihr natürlich auf condenews.org dann währenddessen, aber ich denke nicht, dass das in der Zwischenzeit bekannt wird. Und ja, ich weiß nicht, ob man das vielleicht sogar auf nächstes Jahr verschiebt, äh, im April, oder ob man den tatsächlich dieses Jahr noch irgendwann im Herbst, äh, zeigen wird. Das ist natürlich auch abhängig davon, wie sich die ganze Situation entwickelt, muss man ganz klar sagen. Wenn sich das noch weiter verschärft oder, äh, ja, dauerhaft so aktiv bleibt, dann kann ich durchaus, äh, mir vorstellen, dass er erst nächstes Jahr gezeigt wird. Und ansonsten, wenn die Situation schlagartig besser wird, wenn ein, ähm, Gegengift gegen das, äh, oder, ähm, wie sagt man, Impfstoff gefunden werden sollte, dann kann es auch dieses Jahr noch der Fall sein. Aber ich denke, wir sollten eher mit 2021 rechnen. Also ich persönlich gehe momentan davon aus, dass es tatsächlich sich um ein Jahr verschieben wird, könnte. Ja, es, es steht, es steht, ähm, sehr wahrscheinlich so. Vor allem, weil ja auch das Ding ist, ähm, äh, mit Hinblick auf Film 25, was man ja machen würde. Weil das Ding ist, die Filme sind ja sehr eng getaktet. Und Film 25 müsste ja jetzt eigentlich aktuell schon in den ersten Produktionsschritten sein. Also, die ersten Produktionsmeetings sind ja so Anfang des Jahres immer für den, äh, dann Film für das nächste Jahr. Das heißt, jetzt, wo der Film 24 eigentlich draußen sein sollte, müsste das Anime-Studio schon langsam in der Pre-Production schon mindestens sein für den Film nächstes Jahr. Ja, und selbst, das wird natürlich jetzt auch irgendwie schwieriger. Die Anime-Studios haben natürlich auch alle Probleme, da kommen wir auch gleich nochmal zu, ähm, wie das irgendwie zu machen ist mit der Arbeit. Und wie das ist mit Homeoffice alles, hm. Und da kann es Probleme geben und Verzögerungen und dann eben auch mit Film 24, was machen wir jetzt? Wenn wir den irgendwie im November rausbringen, ist natürlich die Frage, bringen wir dann im April, also wenn wir im November 2020 die Premiere von Film 24 haben, bringen wir dann, äh, schon im April 2021 irgendwie Film 25 raus? Also, das kann ich mir schwer vorstellen, ehrlich gesagt, dass das irgendwie funktionieren würde. Oder, ähm, bringen wir dann den Film irgendwie im November raus und bringen dann jetzt jedes Jahr im November die Filme raus? Hm. Also, ich glaube nicht, dass man vom April-Rhythmus generell abweichen wird. Vielleicht einmalig jetzt für den aktuellen Film, aber dann dauerhaft wieder zum April zurückkehrt. Also, das ist ja auch schon mittlerweile eingebürgert. Ja, Conan kommt zur Golden Week, das ist, äh, Tradition quasi. Ja, bekannt, ja. Ja, ja, deswegen kann ich mir auch nur diese zwei Szenarien vorstellen. Entweder sie warten wirklich ein ganzes Jahr, bis sie Film 24 zeigen, April 2021 dann stattdessen. Das würde zu den Olympischen Spielen passen. Oder sie veröffentlichen Film 24 irgendwann im November, später dieses Jahr, und lassen den April 2021 Termin dann aus und machen Film 25 dann im April 2022. Das sind so die beiden Szenarien, die ich mir vorstellen könnte. Was nur davon wahrscheinlicher ist, hm. Ähm, aber ja. Also, ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass sie den Film 24 irgendwann jetzt später in der zweiten Hälfte des Jahres bringen und dann kein Jahr später und nur ein paar Monate später schon Film 25 reinbringen. Das kann man vergessen. Und auch, was Leute spekuliert haben, dass irgendwie jetzt der Film vorzeitig einfach komplett Kino überspringt und irgendwie dann auf, äh, online, auf Streamingdiensten und halt auf DVD und Brewer erscheinen wird. Wo man ganz klar sagen muss, Leute, ähm, eine der größten Finanzierer, die man auch am Anfang jedes Films sieht, ist die japanische Firma Toho. Und Tomohu ist eine Produktionsgesellschaft und eine der größten Kinoketten in Japan. Und die produzieren seit jedem, jedes Jahr den Film, sind eine der größten Filmproduzenten in Japan. Und die sind eben eine Kinokette. Und die wollen den Film natürlich im Kino haben. Weil da macht, äh, die Konnenfilme machen ja im Kino unfassbar viel Geld. Und, ähm, dass man jetzt den Film im Kino überspringt, kann ich mir beim besten, besten Willen nicht vorstellen. Also das, wer das irgendwie denkt, dass das wahrscheinlich sein könnte, der liegt leider Wunschdenken auf, muss man ganz klar so sagen. Auch, dass die den Film jetzt irgendwie im Fernsehen bringen stattdessen, ähm, ist auch, Also das sind einfach Wunschträume, irgendwie den Film in naher Zukunft sehen zu können, die man als sehr unrealistisch leider, ähm, bezeichnen muss. Und ich würde auch nicht davon ausgehen, dass der Film, ähm, wie bisher in jedem Jahr im Oktober, November auf DVD und Blu herauskommt, wenn der Kinostatt verschoben wird, geht auch ganz stark davon aus, dass der Home-Media-Release in Japan ebenfalls in gleicher Distanz nach hinten geschoben wird. Und auch da würde ich nicht damit rechnen, dass wir diesen Termin einhalten werden, wie bisher. Da muss man leider auch, ähm, vielleicht ein paar Leute enttäuschen, die irgendwie so Hoffnung haben, aber das ist einfach, äh, wie gesagt, da ist der Wunsch, einfach Vater ist Gedanken. Und auch zwecks Deutschland verschiebt sich da natürlich auch alles entsprechend nach hinten, um die Monate, die es sich in Japan verzögert. Also wenn der japanische Kinostart sechs Monate später ist, meinetwegen, dann wird sich auch die DVD und Blu-Ray in Deutschland um sechs Monate schätzungsweise verschieben. Ähm, ja. Aber auch, äh, wenn man jetzt zum Beispiel sechs Monate verschieben sollte, dann wäre das ja im Oktober zum Beispiel. Und Anfang November geht es doch auch, oder im November geht es ja auch mal schon los für die, äh, Werbetrommel für den nächsten Film dann im April. Also kann ich mir auch beim besten Willen nicht vorstellen, dass das so kommen wird. Äh, äh, nee, nee, nee. Apropos Dinge, die nicht kommen, wir haben ja seit einigen Jahren, ähm, auch im Anime in Japan, äh, Tie-In-Episoden quasi zu den Filmen, Vorgeschichten, die ja früher die Magic-Files waren, die auf DVD erschienen sind, ähm, die von dann ja im Fernsehen als regulärer Filler, wo ja zum Beispiel sowas dabei war, wie Amoru, der Sandwiches macht oder Amoru, der einen Kuchen backt. Dieses Jahr hätte es natürlich auch am 18. April, ein Tag nach Kinostart im Anime eine Episode gegeben, 975. Diese Anime-Episode ist dann tatsächlich nicht gelaufen. Im japanischen Fernsehen, es wurde, ähm, relativ, äh, spontan umgestellt, alles. Es lief am 4. und am 11. April ganz regulär der Zauberer der kleinen Wellen, ehemals TV-Wiederholung, zum Einstieg auf den Film. Und dann sollten am 18. und am 25. April eben zwei Filler-Folgen kommen und die 976 gewesen, das, das, äh, Staub-Mysterium der Baker-Einkaufsstraße, wäre dann einfach wieder ein regulärer Filler gewesen. Aber beide diese Folgen, ähm, sind, äh, einfach nicht ausgestrahlt worden. Es gab dazu keine Ankündigung oder so. Es wurde einfach, ähm, stattdessen, Taiko Meijins Duell der Liebe, Episode 785 und 86 gezeigt am 18. und 25. April. Und auch bisher im Mai, ähm, sieht es schlecht aus. Jetzt, gestern lief, ähm, die Wiederholung von Episode 688. Kommissar Tecker-Gi findet 30 Millionen Yen. Und bisher bekannt ist, dass auch am 9. und 16. April Wiederholungen laufen, nämlich, äh, von Episode 675 und 76 nicht einen Millimeter Vergebung, Teil 1 und 2. Ja, und...